Willkommen zurück zu Delice Equest! Mit den Add-on... Beziehungsweise mit der Kampagne Live Freedom or Die! Fangen wir DRAG an! Starten ein neues Spiel und... Jaaaa... Game of City Edition! Yay! Wir haben diese Game of City Edition! Okay... Dann wollen wir mal in die Welt ziehen! Oh, da ist ein Loch! Was macht man denn hier? Ähm... Okay... Dum-dum-dum-dum-dum! Hallo, Mann! Mister! Hallo! Herr, Herr! Äh... Können Sie uns helfen? Was gibt's denn? Ich meine, äh... Was ist denn das Problem? Jemand hat, äh... Die Bohne angegriffen! In der Nacht! Komm... Sie mit mir! Folgen Sie mir! Folgen Sie mir! Folgen Sie mir! Ja, folgen wir Ihnen! Folgen wir Ihnen! Let's... Lass uns... Das tun! Warte! Schlamster! Der ist einfach dieser oportunidad! Schlauung! Das ist einfach dieser Ding reingelaufen! Nein! Oh mein, die müssen da... äh, wie viel müssen denn sterben, um diese Spielmechanik zu lernen? Hm. Der Sprecher war... Zack, down! Ist ja schon irgendwie fail. Können wir hier lang? Nee. Wo? Warte mal, geht's denn hier lang? Nee, können wir auch nicht. So. Oh. Ah, fast. Warte mal, da, 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 und hier, whoop, whoop, whoop. Oh, der Schafpferd. Passer, äh, auch Passer, der Schafpferd. Äh, Verteidiger von Wolle. Villager John, killed by the Quiddus. Will he talk? Will he talk? He wasn't playin' in Sitchin. Here's lies. Try to fight the Quiddus, äh, Quiddus, blablabla. Die from Dup damage. Die from Dup damage. Okay. Okay. Well, you get the idea, a lot of the villagers have been killed. Will he talk? Will he talk? Okay, dann ziehen wir mal die weite Welt. Ja. Oh, loading. Loading. New DLC patch. They want... Also, ein Erster-Tag-Patch. Ha? Pfeu. Zapp, zapp, zapp. Ja, ich mag Münzen. Das ist wie Super Mario. Super Mario. Oh, da ist ein... Einer mit großen Augen. Guck mal, der ist Stoned. Hallo. Hi. Hey, ich bin der Stadt. Historischer. Ich nehme die... Keine Ahnung. Jobs gotten a bit easier with all the mystery murders. All right. Hey, Silver, lighting, right? By the way, did you know... Seven, five percent of the towns people are from the UK? And seven... Seventy... Five pounds are more of this game. Takes place in the UK. That's a really wide... A great thing to point out. It's for Turkish Pro Pros. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Also, wirft den Google-Übersetzer an und... Hallo, der hat eine Brülle an. Es ist gefährlich allein zu gehen. Nehmen darfst... Nehmen, was denn? Was denn, jemand? Äh, du hast mir gar nichts gegeben. Oh, ich war mit mir... Das war nur ein Witz. Ich bin... LAMP. Der... Stadt-Comedianer. Es ist kein Joke. You are repeat things. You are hurt and calling sind Jokes. Ich habe nichts verstanden, aber okay, dann wollen wir mal weiter. Das ist halt so, wenn man nichts... Ah, das Spiel ist cool. Ah, hier ist der Präsident. Oh, die Quyde... Oh, die Quyde. Die Quyde. Ein Mittelalter- ... vom den äbry-bryd... ...Siekt has that a lot of signs Can you tell me what's going on here? I heard your village was in danger Yes. well no. I mean yes the village is in danger But no I cant tell you Why not? I need to resign something for me First before I can tell you What? Your village is in danger, why are you delaying? I literally couldn't explain how important this village is. Find it in a grave east of here. Okay. I'm the eldest of this village. Good. I was looking for the one in Chewin. Oh, I'm not in Chewin. But you are the village elder. That's how it always works. I...in...sibili...sibili...sibili...sibili. They don't even let me tree on my shoes. Oh, uh, uh, I, uh. How did I get here? How is that enough? I'm leaving. Okay, then let's see. Maybe we can find a sword like in the last... ...Spiel? That would be so genial. ...Spiel, fire, fire! Sorry about getting in your way, Elia. Just do my job. Okay. Da können wir doch lang. That's toll. Da haben wir ja die... ...Ultra wichtige Pack für den, äh... ...Böckermeister! Den werden wir jetzt einfach mal dieses Delizid Pack hier in den Kopf hauen und... ...joa, mal gucken, was der sagt. Vielleicht sagt der ja gar nichts und dann haben wir ein Problem. Hi! Hier ist dein ultra wichtiges Pack! Du findest... Du findest... ...du hast mein ultra wichtiges Pack... ...Pack... ...Pack... ...Gefunden. Jetzt, äh... ...Jetzt musst du es kaufen von den Shopkick. Please, äh, pass auf dich auf. Woher ist denn der Shop-Typ? Habe ich noch gar nicht gesehen! Habe ich noch gar nicht gesehen! Oder war ich halt einfach nur blind? ULTRA BLIND! Ne, ich hab den auch gar nicht gesehen, auch... Ach, doch, hier unten! He! Bist du wieder da, um den Tag zu retten? Well, you... ...druh... ...druh... ...bach... ...zum zu... ...dieses hier... Da kommt immer das Ultra-Pack... ...und dieses Check-Pot-Pack... ...und dieses Day-One-Pack! ULTRA WICHGES PACK-IT! Dum-Dum-Dum-Dum! Können wir eigentlich... Das ist so nix. O-ne, ne schafft man noch nix. Mal gucken was der Bürgermeister für ein ultra wichtiges Packet hat. So, wenn ihr wollt, könnt ihr das selber lesen. Tee, nehmt das Schwert! Schwert! Trotzdem niemals los! Ich courte die 안돼. Ich würde gerade ziehen! Ich bringe die Frau ab! Nice! Subucci, hab nee! Ah, World Jump Pack. Okay, das ist dann unser... Können wir denn noch links nochmal gehen? Mal gucken, ob wir links weitergehen können. Das wäre eigentlich prima. Und ja, warte, komm erst mal. Ah, da fehlen zwei Münzen. Ich glaube es ja nicht. Ah, Checkpoint. Ah, wir haben jetzt die Münzen. So, gehen wir nochmal zurück. So. Hey, was war das denn für... Hä? Das war doch der Sprungpack. Ach, Wall Sprungpack. Achso, okay. Dann alles klar, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Machen wir so jetzt. Zack. Ah, Mann. So. Runter nochmal. Dam, 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 dam. Oh, Dark World. Alle Münzen einsammeln. Dark World. Das ist ja wie fast wie hier. In einer bösen, bösen, bösen Welt. Oh. Und jetzt. Puh. Oh, hier kann man lang. Oder hin. Ich sehe da nichts. Okay. Wir dürfen nicht an die Stachen kommen. Sonst wird Tyrann. Sonst wird Tyrann. Warte. Ich sammle noch eine und dann. Lalalalalalalala. Ah, da war da noch mehr Münzen. Nichts mal war ich jetzt nicht noch mehr. Ne. Ist gar nicht.